Die Intensivstation des Martin Luther King Krankenhauses in Los Angeles. Hier sterben fast jeden Tag Menschen an einer Coronavirus-Infektion. Alle Betten sind belegt. Viele Patienten liegen im künstlichen Koma. Vor der Klinik werden Corona-Infizierte in diesem Zelt behandelt. Für sie gibt es einfach keinen Platz mehr in dem Gebäude. 12-Stunden-Schichten, meine Kollegen, das gibt mir die Energie, weiterzuarbeiten. Die Zahl der Corona-Toten in den USA hat zuletzt einen neuen Höchststand erreicht. Fast 4000 Menschen starben laut Johns Hopkins Universität binnen 24 Stunden an oder mit einer Corona-Infektion. Insgesamt hat das Virus in den USA bislang rund 365.000 Menschen das Leben gekostet. Doch noch immer gibt es viele Menschen, die die Gefahr einer Infektion herunterspielen. Wir sind wütend, wenn wir Menschen sehen, die die Pandemie nicht ernst nehmen und sich nicht an die Beschränkungen halten. Wir sehen das Leiden der Infizierten jeden Tag. Wir arbeiten hart, um den Menschen zu helfen. Wenn die Leute dann nicht ihren Teil dazu tun, ist das zermürbend. Inzwischen haben auch hier die Impfungen mit dem Vakzin von BioNTech und Pfizer begonnen. Zunächst gibt es aber nur Impfstoff für das Personal auf besonders betroffenen Stationen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.